Diese hier angebotene 2-Zimmer-Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Bilk. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 68 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 1.600 Euro pro Monat. Wir freuen uns in näher zu informieren. Bis zum nächsten Mal.